3 Herzlichen Dank an Martin Schwarz für die nette Nominierung, obwohl ich nicht an eine Hochzeit eingeladen war, so wie er. Ich werde es durchziehen, trotz allem. Ich meinerseits nominiere Christoph Siegenthaler. Siggi, dein Chef hat es auch schon getan. Melanie Reinbold, die verrückt genug ist, es auch zu tun. Und mein guter Freund Chris von Welt in der Schweiz. Auch du schaffst es. Auch du schaffst es. Auch du schaffst es.